Herzlich Willkommen zurück beim sechsten Teil Borderlands 2 Jo Steig endlich ein du Bin doch schon drin So Und weh du failst den Sprung schon wieder Wie früher Weh Ich weiß nur, als du den Sprung gefailt bist Ich bin das Lenken schon nicht mehr gewöhnt Wow, wär's mal geschafft, zum ersten Mal Hä? Ich war immer der, der's zum ersten Mal gepackt hat Was ist immer der, der gefällt hat? Ja, 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 immer bin ich Wo müssen wir's eigentlich lang? Da sind Sachen Ich weiß, deswegen geh ich allein Das war die mit dem unendlich Schuss Nein Ich würde, fast hätte ich Würde vergessen Ah, kommst du hin? Ich weiß es nicht Nein Boah, dieser Junge, ne? Ich wollte euch nur einmal zeigen, was passiert, wenn man das macht Für die neue Spieler Nicht empfehlenswert Nicht empfehlenswert, das kostet Geld Ja Noch wenig, noch 57 nennst du wenig Ich hab 34 bezahlt Wo ist denn jetzt unser Ding? Da oben, ja Ich hab 34 bezahlt Da musst du mir gleich sagen, wohin wir fahren müssen Denn ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr Du lässt mich fahren und du gesagt nicht Nein, ich fahre Okay Einfach nur aus Prinzip Was hat das damit zu tun? Ich kann ja genau, ich kann genauso gut fahren wie du hier Und Hol, was hattest du letztens, was hattest du geholt? Mg, gerade Egal, musst du ja wissen, du bist der Schütze Ja So sieht das aus Aber ohne Scheiß, ich find diesen Skin, den ich je gekriegt hab, find ich geil Ohne Scheiß, guck den Skin und ich find das geil Nur ich find, will diesen blauen haben, mit dieser Dieser Programmierschrift da Das passt Benefizions Das passt Das ist ihm Das ist ihm Das ist ihm Einer der Mauer Warte, ich bin da da raus, da draußen ist was. Ich muss immer gegen die Dinger da fahren. BAM! Ich sterbe. Ja, eiskalt drüber gefahren. Ich habe schon gedacht, ich hänge in einer Leiche fest. Da kommen neue Viecher, Achtung. Oh, da. Ja. Sind wir hier richtig? Ja. Ja. Ich glaub, bleib stehen. Außen vor der anderen Weißen. Hm? Warte, da ist noch eins. Nichts lieber mache ich aus nem Buggy oder mit nem Pistol oder was, oder immer unnötig, die unnötig Muni hat, so Viecher abzuschießen. Brauchen ein 18er Pistol? Effekt keiner. Nee, nee. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Ich würd mal sagen, zu dem Dorf da hinten. Ja. Ist es tot? Ja. Ist es tot? Ah, das tut... Das muss man der... Weißt du, wenn man Leute überfährt, das muss man melden. In dem Fall Monster aber. Da muss man den Naturschutz melden. Da muss man den Förster melden, meint ich. So weit. Alter, wie du fährst, kann man gar nicht treffen. Wie fährst du denn? WTF Junior? Ähm... Ich denke wir farben. Jo. ... haha Weißt warum ich denn nicht mich auf den Fallen fixiere? Weil mein Fahrzeug sonst... Du kennst, lag der da Ich kann ja nur gerade ausschießen mit dem blöden Fahrzeug irgendwie Und nach oben bisschen Ganz kleines bisschen zur Seite Das Fahrzeug qualmt Shit Nein! Schaffst du's? Wenn ich ein Vieh zum killen vor mir hätte Wie zum Beispiel das hier Das pack ich noch Wenn du nicht im Weg wärst Ich treff das Vieh kaum, weil du den Schuss irgendwie auffängst Bitteschön Wat? Das mit dem Schuss auffangen? Ja, danke Nein, das mit dem Wiederbeleben Wärst du nicht im Weg gewesen, hätt ich das Vieh gekillt bekommen Jajajaj Und dann wärst du schon tot Nee Ich hatte noch genug geteilt Oh guck mal, ich hab's gehilt Oh, ich bin tot Ja, so hätt sich das denn angehört Oh, ich hab's geteiltet Nee, ich bin tot Ohhhh Ohhhh Ja, jetzt auf einmal, ne Ja, jetzt auf einmal kommen wir durch, ne Ich bin Roland Früher war ich ein Kammerjäger wie du Bis ich die Crimson Raiders gründete Wir bladdern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin Aber jetzt brauche ich deine Hilfe Meine Männer erzählen das Fahrzeug Oder kann man doch mit dem Fahrzeug durch? Ne Ja Obwohl doch, wenn beide drin sitzen, müsste das eigentlich gehen Ein anderer Spieler benutzt gerade die Catch-A-Ride-Border Mach du, mach du, mach du Hör auf das, was er sagt Er kann uns helfen, Jajaj zu besiegen Nein Okay, da bin ich mal angeschützt Hab ich nix gegen, ganz ehrlich Warte, bleib du mal drin Fahr mal zu mir Wir müssen das Tor geschlossen halten, bis du mit dem Energiekern zurück bist Befehl von Roland Oh 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 Okay Leute, ihr spricht Handsome Jack Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Ehrtweck Ach ja, stimmt, wir müssen dahin Hoppalas Nein, ich sag nix Das heißt Freiheit, Ordnung und Sicherheit für uns Ne, kommen wir somit nicht durch Doch mal, also Zu Fuß Ah Naja Neh mal dieses Gehen Hatt ich mich da nicht mal durchgebackt gehabt Alter Beschlag Jetzt sind wir sein Fehl Habgesehen davon, dass es perfekt zu meinem Hut passt Werde ich es untersuchen für meinen Almanach über die Kreaturen Pandoras Kommst du klar? Ja, ja Ah, du lebst wieder Ich weiß Oh, ich hab auf dich geschossen, oh, das tut mir leid Oh Schlecht Was? War schlecht die Waffe Den habe ich nicht vollkommen getroffen Oh, jetzt hab ich den verfehlt, denn hässlich Warte, warte, das mach ich so Das mach ich so Das mach ich so Komm her Okay Okay Du hast ihn gekillt Warum hast du das getan? Weil du keinen Schaden gemacht hast Doch, ich hab den Schaden gemacht Ja, minimal Da hättest du locker 5 Minuten für gebraucht Was hab ich denn da für ne Waffe? Ich hab ne neue Waffe, von der weiß ich noch nichts Was ist das für einer? Ich weiß nicht, das ist ne 24er Maschinen Oh Oh, der kriegt ein Maschinengewehr, der Pisser Na explodierendes Maschinengewehr Pissgesicht Ah, ich hab auch ein Maschinengewehr glaub ich Müssen wir jetzt fahren, oder? Nein, ich hab keine Maschinengewehr Nein, wir müssen glaub ich weiter Na, wir müssen weiter Hm, gar nix Doch Jetzt müssen wir zu Fuß den Weg ablaufen, oder was? Wir müssen hier weiter Da vorne ist ein Dorf, wo wir welche killen müssen Du nicht verstehen Oh, ja, okay, damit bin ich zufrieden Dafür laufe ich schon ein paar Kilometer gerne Hey Dann lass mich aber erst mit Shotgun ein bisschen weg Ach, äh, mit Sniper bis ein paar wegmachen Wieso, damit du wieder mehr XP hast, als ich Das wird doch eh geteilt, du Dominus Ja, aber der, der killt, kriegt immer noch mehr Nicht mit Sniper Ja Eins Eindrückt an Ich schaff das Ja, du musst es haben Ja, komm, 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 komm Lapp nach Bäm Wo bist du? Hier unten Ja Das Vieh hat mich gekeckt Du bist mir schon wieder in der Schusslinie Mann Den hole ich nicht Eindrückt 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 Scheiße, Hilfe, Hilfe Du bist zu spät Lad nach, lad nach, schnell Komm Ich helf dir, ich kratz dir mit an Bäm Du bist so, ja Hinter dir Boah, hellige Scheiße Geht so Hehehe Schaffst du's? Das hab ich locker Du solltest das nicht schaffen, ich hab ne Bum-Boom-Waffe Hast du meine Moly-Gelklaude und Peace Air Ich brauch auch Moly Hier, ich die eine, du die andere Ja, ne, ok Teil Postruhe Ich mach auf, denk dran Äh, braue ich nicht Braue ich nicht What? Moment mal, vom Wege schlecht Nicht Die braue ich Die drei, ja, die ich mir grad Ja, fuck Nein, ist nur fair, behaltet die Ich hab ne gute Die reiche raus Jetzt voll zu schnell du abdrücken kannst Aaaaah Das ist wieder so eine Versucht hier jemand durchzukommen Kann man erstmal mit Level 8 Ja, hier dann, bitte Neee Da liegt die, nimmt Nimm Wieso? Die Fresse, nimm einfach, mein Gott Wo liegt die? Ich seh die nicht Die liegt da oben irgendwo rum Hä? Hä? Wo hast die hingeworfen? Die ist nicht da Hier hinter, du Ja, wieso schmeißt du die dahinter, du gräulichen? Willst du mich jetzt mal beleidigen? Mir fehlen noch zwei Balken, bis ich Level up bin Mir fehlten ein, mir fehlt ein Viertel Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen Das sagte gleich wieder, ich renne schon wieder vor Du rennst schon wieder vor Sag ich doch Bitteschön Ich hab kein Problem gegen diese Viecher Wenn ich nachladen muss, kommt das schlecht Gleich bin ich Level up, ein Viertel Ja, pscht Boah, ganz knapp Level up Fitzelchen Ja, du redest im Moment den Merkst du nicht, dass du redest? Ich hab schon dünn gestreut Sehnlichen Soldaten Hä? Wir haben doch schon alles gefunden Du darfst nicht reden, während die Dinger da am Laufen 17x7 Dinger am Laufen sind Ey, 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 ist ja gut Oh, das ist ne Waffe, die wir schon kennen Aber ne richtig geile Feuerwaffe Die riss dich jetzt mal hier aus Nein, das ist keine Feuerwaffe Das ist eine Waffe, wo Feuer zu schnell du abdrücken kannst Lest den Text da drunter Oh, du weißt mit welche ich meine Naja Ich hab eine namens Fairfield Submall Fallend Crazy Schaden Die macht 17 Feuer 17 Schaden, aber dafür Feuerschaden Grundschaden Hä? 17, hab ich doch gesagt Ohne Feuerschaden Ja, hab ich doch gesagt Ey, ob würde man mit dem Baum reden Ach hör auf Hä? Fall ist das denn Hä? Achja, die Ist gut, ist gut, ist alles gut, ist alles gut Verdammt Jetzt hab ich die falsche irgendwie Ich wollte Äh, musste immer vorrennen Stimmt du scheiß wie Die ist gut, die ist gut So Komm mal her Lass, lass Die meint dich Sag ich nix zu Ja, ich will auch ein paar Kills Du rennst vor, machst lauter 21x13 Ich brauch Muni Ach Junge, du bist einfach nur Scheiße Weil du mir den Kills geklaut hast Und ich hab extra mein ganzes Magazin verschwendet mittlerweile schon Und ja Ja, ne, du klaust mir die ganze Zeit Kills, aber egal Sag ich nix zu Ich bin fast level up, und du? Ich bin schon level up Ja, deswegen hab ich den gekillt Peace So, jetzt hab ich mehr Schildkapazität Jetzt hab ich Ein Schild von 244 und 244 Oh, weißt du was ich für den Shot gar nicht hab? Schaden Schaden 21x13 Ja, müsste meinen sogar noch mehr Schaden machen Hä, wie viel macht deine? 25x10 Äh, kann man jetzt berechnen eigentlich Ja, dann mach 25x10 250 21x10 Mal 10 Mal 10 Berechnen wir jetzt einfach mal Oh, mal 13 ist mega Oh, berechnen du das Das kommt so Kommt gleich bei raus Du hast nicht mehr Schaden macht Nein, ohne, ich hab grad mit drauf geschossen Ne, du machst mehr Schaden Ja, weil ich kritisch mach fast die ganze Zeit 1, 2 2, 2 Schüsse und dann ist das Vieh weg Oh, jetzt hast du mit den Kögel Ich hab einen Schuss gemacht und das Vieh war weg Dann hast du nicht dieses komische Bossvieh von diesen Viechern erwischt Ne, hab ich auch nicht Na, also Aber ich rede jetzt von den Viechern da Ja, ist ja gut Von den Viechern, von den Viechern Das macht meine mehr Schaden Die Viecher, Viecher Okay Ich muss leider sagen, dass sie uns erst im nächsten Teil wiedersehen Nein, noch nicht, warte Noch nicht? Noch nicht? So, jetzt kannst du Ja, okay, ja Bis zum nächsten Teil, Leute Bis zum nächsten Teil, Leute